Willkommen liebe Zuschauer Marianne und Michael. Jetzt ist wieder ein Jahr vergangen und ich finde, die beiden verändern sich überhaupt nicht. Morgen Abend sind Sie im ZDF zu sehen, zusammen mit anderen Volksmusikstars und weil die Sendung aufgezeichnet wurde, morgen wollen ja alle schön Weihnachten feiern, können wir Ihnen schon mal ein paar Bilder zeigen. Weniger harmonisch geht es bei Ron Wood zu. Der Stones-Gitarrist ist wegen Körperverletzung von der Polizei verwarnt worden. Seine Ex-Freundin Ekaterina hat ihn angeklagt. Der Vorfall, um den es geht, hat sich Anfang des Monats ereignet. Ron und die junge Russin sollen in England auf offener Straße eine heftige Auseinandersetzung gehabt haben, woraufhin umstehende Zeugen die Polizei alarmierten. Und hier sind weitere Leute heute. Fast wäre sie ein Christkind geworden. Königin Silvia von Schweden hat heute Geburtstag. Sie feiert ihren 66. Als Kind war sie ja noch ein ganz normales Mädchen, eine bürgerliche aus Heidelberg. Und jetzt trifft sie Nobelpreisträger, hat eigene Charity-Organisationen und wird mit Majestät angesprochen. Statt Christkind also Königin. Herzlichen Glückwunsch. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Mann, der Horst Lichter heißt und der ganz toll kochen kann. Da würden Sie doch erwarten, dass er Weihnachten was ganz Besonderes zaubert. Pustekufen. Horst Lichter hat in einem Interview gesagt, dass er Weihnachten nicht kochen will. Sollen die Frauen machen. So, so. Aber ansonsten interessiert ihn Essen natürlich schon noch. Das haben wir bei seiner Romreise bemerkt. Mehr von Horst Lichters Reise gibt es am Sonntag um 19.15 Uhr hier im ZDF. Und jetzt haben wir noch ein paar Grüße für Sie. Wir haben Prominente gefragt, was Sie Ihnen, unseren Zuschauern, wünschen. Und ich darf mich gleich anschließen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame, harmonische Feiertage. Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen von Leute heute. Wir sind am Montag. Das ist dann der 28. wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF.